Hahahaha! 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 Wer liebt den Gang? Hahahaha! Hahahaha! Howdy Hormeriki Fans! Hier kommt jetzt meine Meinung zu dem neuen Spider-Man Film. Into a Spider-Verse. Und ich muss zugeben, der Film hat mich jetzt nicht ganz so geflasht. Also von der Handlung her. Aber er war witzig. Er war humorvoll. Er war mehr was für Kinder. Nicht eher so den düsteren Spider-Man, den wir so kennen und lieben. Sondern eher eine Art anderen Spider-Man. Eine Art eher so kinderfreundliche Spinne von nebenan. Und ja, mir hat es gefallen. Mir hat es super gefallen. Ich kann diesen Film echt jedem nahelegen. Aber die, die eher an den Spider-Man gewöhnt sind. Der ein bisschen rauer es zuschlägt. Und Emotionen teilt. Wie halt in Amazing Spider-Man oder in den originalen Spider-Man Filmen von Sam Raimi. Dann würde ich euch empfehlen. Nein, schaut euch nicht an. Aber ich glaube, der Film ist jetzt echt für jedermann. Nicht nur für Marvel-Fans. Sondern auch für Leute, die allgemein sowas mal sehen möchten. Was zu lachen haben wollen. Es ist wie eine super Komödie. Es ist ziemlich cool. Es ist wirklich ziemlich cool. Und man lernt so einiges über das Spider-Verse kennen. Und da würde ich schon allein deswegen bin ich überhaupt in den Film gegangen. Vor allem, ich liebe Spider-Gwen. Okay. Und jetzt noch zum Schluss. Wie findet ihr den Film, falls ihr ihn gesehen habt? Ab in die Kommentare damit. Und natürlich kommt jetzt auch noch die Frage. Wird es einen zweiten Teil geben? Ich weiß es nicht genau. Aber ich würde mich freuen. Ich würde mich echt freuen darüber. Würdet ihr euch darüber freuen? Ja, nein. Ab in die Kommentare. Und jetzt würde ich sagen. Haut raus. Bis denn. Ciao. Wir sehen uns gleich in der Endcard. Gleich kommen die letzten Videos, die ich so hochgeladen habe, hier oben verlinkt. Ihr könnt draufklicken, anschauen. Und ja, ich hoffe, falls ihr den Film gesehen habt, wirklich, dass er euch gefallen hat. Falls nicht, schreibt es mir in die Kommentare. Aber ja. Schreibt mir einen Daumen nach aufgeben, abonnieren und teilen. Und haut raus. Bis denn. Ciao. Nee. Du sagst meinlandol. new Friendshistoire. podemos Unit. fliegen aufbremem Geburt IV Hermanns folgen. із Jock RekSP Die Night. Diot falγ Movement. Mil Tages shран uso Rekomn ist meine Anschluss Rețilar. Lasst mir sch weirdly lied auf. So ihr schreitcido mit Flammen. He reicht mir, das robben. Und da war esox spider, Bis zum nächsten Mal.